Goethe-Zertifikat A1, A2 E-Mail und Briefschreiben Deutsch lernen mit Anu Beispiel Sie müssten am Wochenende einen Ausflug mit dem Auto machen, zusammen mit Ihrer Freundin Silvia. Schreiben Sie eine E-Mail an Silvia. Wohin wollen Sie fahren? Was soll Silvia mitbringen? Wo wollen Sie sich treffen? Das ist E-Mail-Aufgabe. Jetzt schreiben wir eine Antwort. Hallo Silvia. Ich glaube, an diesem Wochenende scheint die Sohne. Wir können ans Meer fahren und schwimmen. Ich hole dich am Sonntag um 8.30 Uhr mit dem Auto ab. Du musst deinen Fotoapparat und etwas zu Ächen mitnehmen. Bitte ruf mich heute Abend an. Herzlichen Grüße. Das istmontale. Gut. Ne. Kampus. Hatte. Me. Ach. ль. Das ist alles. Vielen Dank. Subscribe to the channel. Bis zum nächsten Mal.